Hi, schön, dass du da bist. Ich möchte dir heute etwas zeigen und zwar ein Kreativset sozusagen, ein Set von Stampin' Up. Da ist schon alles dabei. So ein Set eignet sich für Leute, die entweder Wegzeit haben oder erstmal herausfinden möchten, ob das Papierbasteln für einen etwas ist. Und zwar so ein Set wird hier so geliefert. Und das jetzige Set, was ich vorstellen will, heißt bei jedem Wetter. Das Tolle hier ist, den Karton könnt ihr auch später bekleben, verbasteln, wie auch immer und dann als Geschenkverpackung nehmen. Die sind sehr schön neutral gehalten. An den Seiten seht ihr hier, sind Punkte, Streifen, was auch immer. Sehr schön gemacht. Das macht ihr drauf. So. Und dieses Set heißt bei jedem Wetter. Und da ist zum Beispiel ein Stamping Spot drin. Ich hoffe, das könnt ihr gut sehen. Hier ist es zum Beispiel Anthrazitgrau. Das kann man aufmachen und dann zum Bestempeln nutzen. Das ist so ein ganz kleines Mini-Stempelkissen. Dann haben wir hier Stempel. Das sind Fotopolymerstempel. Das heißt, ihr könnt dann wirklich gleich loslegen und stempeln. Dann haben wir ein bisschen Deko mit dabei. Das ist hier so eine Schnur. Vielleicht werden wir die auch gleich noch verwenden. Dann haben wir hier, ich packe das mal auf. Wir haben hier Klebepunkte. Das heißt, ihr müsst auch nicht mal großartig noch Kleber kaufen erstmal. Hier haben wir so Klebepunkte, die man benutzen kann. Dann haben wir hier ein bisschen Schnur zur Dekoration für die Karte. Dann haben wir hier noch so ein paar Steinchen in Regentropfen und in so Pünktchenform mit dabei. Dann haben wir Dimensionals dabei. Das sind so Schaumstoffaufkleberchen, um so einen 3D-Effekt so ein bisschen rauszuholen, um was einem entgegenzubringen. Aber das sind ja auch gleich. Ja, dann haben wir hier ein Acrylblock. Wofür braucht man diesen Acrylblock? Den brauchen wir natürlich, um die Stempel zu montieren. Das heißt, unsere Stempel bei Stempeln ab sind irgendwie so Fotopolymerstempel. Die sind auf so einer Folie. Wenn man sie benutzen will zum Stempeln, nimmt man den ab, macht den sich auf so einen Acrylblock drauf und dann kann es mit dem Stempeln losgehen. Natürlich muss die Farbe noch aufgetragen werden auf den Stempel, aber das seht ihr ja gleich. Dann haben wir hier schon mal ein paar tolle Kärtchen dabei, die man dann dekorieren kann. Wie gesagt, das Set heißt bei jedem Wetter, also dementsprechend sind die Karten auch gestaltet. Sind so wie Postkärtchen, würde ich mal so sagen. Ganz kleine Kärtchen. Haben wir mit drin. Dann haben wir hier noch Briefumschläge, um das Ganze auch mit zu verschicken. Das Tolle ist, wenn man das mal eben auf die Schnelle selber machen möchte, dann hat man was selbst gemacht. Denn mir ist neulich auch aufgefallen, zu einem Geburtstag oder gerade bei meiner Hochzeit war es auch so. Manchmal war es hier einfach, dann kriegt man 10 oder 15 den gleichen Karten, weil alle in der gleichen Drogerie einkaufen. Und dann denken sie, die Karte ist schön, man hat immer das gleiche. Und hier, wenn du das selber machst, wird das nie passieren, dass jemand eine Karte zweimal kriegt. Vielleicht, je nachdem, das ist dann wirklich ein großer Zufall. Ja, wirklich zum Beispiel aus dem gleichen Set, aber jede Karte ist immer ein Unikat. Das ist halt klasse. So, also hier haben wir noch Umschläge. Hier haben wir nochmal Umschläge. Dann haben wir hier nochmal Karten. Also Kartenbasen, die werden dann gefaltet. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Hier sind so eine Falz, die man dann halt umknicken kann. Das heißt, die Kärtchen, die ihr eben gerade gesehen habt, mit den bunten Motiven, das sind dann Aufleger. Die kann man dann da draufkleben. Also Basiskarten. Und dann haben wir hier noch so ein bisschen Deko. Auch passend. So ein paar Gummistiefeln, Häschen, Herzchen. Und hier müsst ihr dann nichts mehr stempeln. Die sind fertig. Die könnt ihr so rauslösen und aufkleben. Also relativ einfach gehalten. Hier haben wir nochmal ein paar Basiskarten in weiß. Innen kann man sie dann beschriften. Ja, und hier haben wir auch nochmal so ein paar Deko-Elemente. Ich hoffe, man sieht das gut. Da kann man jetzt zum Beispiel jetzt einen Spruch reinstempeln. Ja, ich überlege mir da gleich mal was. Und dann würde ich sagen, fangen wir doch mal an, einfach mal mit diesem Set eine Kleinigkeit zu basteln. Also, hier habt ihr wirklich eine ganze Menge drin. Und ich gucke gerade mal, hier ist noch der Karton. Ah ja, bevor ich es vergesse. Es sind hier auch meistens nochmal so Anleitungen dabei. Also wenn man jetzt gar keine Ahnung hat, wo fange ich denn an oder wie könnte so was aussehen, haben wir hier nochmal ein paar Beispiele und kann dann halt schauen, ist dann wirklich so Stück für Stück gezeigt, wie man damit arbeiten kann. Ja, also hier hat man zum Beispiel, was macht man gerade auf dem Stempelblock? Zum Beispiel die Wolke und das kann man dann da aufstempeln. Oder nein, nicht die Wolke, das ist so eine Körnung. Werden wir gleich sehen. Wir werden mal, ich würde doch mal gleich sagen, so die erste Karte mal basteln. Und dann schauen wir doch mal, wie das funktioniert. Also, hier ist das erste Beispiel, was ich jetzt mal mit euch basteln möchte. Und ich weiß, mit meinem Licht, das ist ein bisschen schwierig. So, ich hoffe, das könnt ihr jetzt gut sehen. Hier sind die Schritte. Eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs. Und dann legen wir nochmal los. Also, ich lege mir das gerade mal ein bisschen vorne hin. Ich sage euch auch, bei welchem Schritt ich gerade bin. So, als allererstes auf meinem Bild habe ich tatsächlich, wenn ihr es richtig seht, dieses hier. So, ja, das sieht danach aus. Ah, bevor es losgeht, einen Hinweis habe ich noch. Ich sage ganz gern, man braucht nicht mehr. Aber einen Tipp habe ich. Tatsächlich, was man sich vielleicht extra tatsächlich noch dazu bestellen sollte, wäre Variante 1 hier so ein Aufhebhefe. Das ist so ein Multitool, da gibt es noch Aufsätze, die sind mit dabei. Damit kann man zum Beispiel hier wunderbar die Klebepunkte ablösen und auch auftragen. Oder halt mit der anderen Seite, da ist so ein Klebewachs raus, so eine Wachsspitze. Damit kann man so auch kleine filigrane Sachen mal festhalten oder aufheben, wenn man was ausgestanzt hat. Wenn man sich mehrere Sachen nach und nach zukommt. Also das ist so ein Multitool, kann ich empfehlen, nicht echt gut in der Hand. Und was ich euch noch empfehlen kann, ist zum Stempelreinigen vielleicht so eine Stempelreinigungskiste. Die sieht so aus, ich habe mir jetzt Punkte drauf gemacht. Und dazu den Stempelreiniger, den macht man auf der einen Seite drauf, die andere Seite bleibt trocken. Und dann kann man die Stempel wunderbar sauber machen. Ihr könnt aber am Anfang auch unter fließendem Wasser die ein bisschen auswaschen. Wenn die Fotopolymerstempel ein bisschen verfärben, ist das nicht so schlimm. Wichtig ist nur, dass es sauber ist, übernehmen die auch ein bisschen Farbe an. Aber das macht beim Stempelabdruck überhaupt nichts. Gut, los geht's. Also wir haben hier jetzt diese Grundkarte. Dann sehe ich auf dem Bild, man braucht die Gummistiefel mit den Blumen drauf. Ich gucke mal, dass ich die finde. Ah ja! So, hier, das ist das zum Rausnehmen. Das heißt, ich nehme jetzt mal hier vorsichtig die Gummistiefel mit den Blumen raus. Also ich richte mir jetzt gerade erst mal so grob das Material zusammen, also nicht wundern. So. Die Gummistiefel mit den Blumen. Dann wird ein Häschen verlangt und ein Herzchen. Dann nehme ich hier so ein Herzchen noch raus. Ich hoffe, ihr seht das alles. So. Ein Herzchen. Dann das Häschen. Was brauche ich denn noch? Ah ja! Dann noch so ein schönes Schildchen. Ich hoffe, ihr seht das. Ihr hört schon, der Verkehr ist hier brutal, gell? Aber auch das macht uns nichts. Ich hoffe, ihr hört mich gut. Also das Schildchen haben wir auch. Dann brauchen wir natürlich eine Basiskarte. Habe ich auch. Und dann, was brauche ich noch? Ja, guten Stämmelspruch. Da gucken wir dann gleich. Dann brauchen wir noch ein bisschen Schnur. Warum auch immer wollen die so viel. So, und da gucke ich mal. Ah! Und was ich euch noch empfehlen kann, ist eine gute Schere. Und die habe ich natürlich gerade nicht vorbereitet. Doch, da habe ich sie. So. Eine Schere. Eine gute Papierbassenschere. Ihr seht schon, die hat hier eine Kappe drauf, weil die ist wirklich scharf. Und die, also ich finde die echt wirklich klasse. Und was ich euch noch empfehlen würde, tatsächlich ein Falzbein. Das ist so zum endgültigen Festfalzen. Das ist so drei Gadgets, wo ich sagen würde, ja gut, die solltet ihr euch dann besorgen. Oder vielleicht noch eine Bastelunterlage. Aber ihr könnt dann auch ein bisschen Karton nehmen oder was auch immer. Gerade für einen Anfang, wenn man noch nicht weiß. So, da soll man so nachher eine Schleife mitbinden. Oder ne, so ein bisschen übereinander legen. Ja, ich nehme jetzt mal so drei Finger. Das umwickele ich mir mal zweimal. So, oder dreimal. Das könnt ihr euch dann überlegen. Dann schneide ich mir das so grob ab. Und dann gucke ich mal, wie ich das verbastelt kriege. So, dann haben wir auch die Schnur schon gerichtet. Dann brauche ich noch natürlich die Klebepünktchen. Und dann will es tatsächlich auch noch, dass ich hier von den Steinchen was benutze. Auch das ist kein Problem. Habe ich mir auch schon gerichtet. So, dann mache ich mir gerade noch das Stempelkissen auf. Weil ich muss ja gleich auch noch was stempeln. Das geht am Anfang immer so ein bisschen schwierig. So. Ich habe es gleich Leute. So. Jetzt. So. Also, das ist das kleine Stempelkissen. Auch schon gerichtet. Mein Stempelblock habe ich auch schon hier. Seht ihr? Hier mein Acrylblock. Die Stempel habe ich auch. Da gucke ich mal. Was könnte man da schönes machen? Da fällt mir was ein. Ah ja. So. Als erstes soll gestempelt werden. Dieses Strukturpünktchen. Wenn ihr euch noch vom Anfang erinnert. So Strukturpünktchen waren da ja. Ah ja. Hier sind zwei Folien. Die erste erstmal abmachen. Das ist so eine Schutzfolie. An die Seite. So. Und jetzt. Löse ich mir hier wirklich so den Stempel ab. Zack. Mache ihn mir drauf. Schwupps. Fertig. Schon ist der Stempel montiert. Ich gucke immer vorher, ob er wirklich richtig sitzt. Und mache es kurz an der Seite nochmal ein bisschen festdrücken. Aber das sieht soweit gut aus. So. Und dann mache ich das aber beim Spot so. Also bei den größeren Stempelkissen. Habe ich so Stempelkissen und tue das so ein. Hier mache ich das tatsächlich umgekehrt. Das heißt ich tue von oben. So ein bisschen auf dem Stempel drauf. Es kann auch sein, wenn die gerade neu sind. Dass die Abdrücke noch nicht so hundertprozentig sind. Das dauert dann ein bisschen. Ein paar mal reinigen. Also wenn ihr jetzt gleich denkt. Oh Gott ist das schlecht geworden. Das liegt einfach daran. Dass die halt noch neu sind. Manche geben auch den Tipp. Habe ich schon im Internet gesehen. Sodass man dann wirklich die als allererstes reinigen soll. Aber ich mache es meistens immer so. Gleich als erstes. So und dann gucke ich mal. Wie ich das platziere. So ich glaube hier. Das ist ganz gut. So. Ah ja. Man sieht das ja schon. So da haben wir jetzt schon die erste Strukturpünktchen. Dann setze ich vielleicht noch mal ein bisschen versetzt welche hin. So. Ich kann den Stempel ja auch noch mal drehen. Vielleicht. Und dann. Einfach so wie man gerade lustig hat. Stempelt man das halt da so. Um einfach so ein bisschen Struktur reinzukriegen. So. Stellt mal das reicht jetzt erstmal so. Und ich mache jetzt den Stempel halt mit meiner Box sauber. Ich habe vorhin schon ein bisschen Stempelreiniger aufgetragen. Auf der einen Seite. Das heißt ich gehe jetzt dann hier auf meine Seite wo der Stempelreiniger drauf ist. Drüber. Dann auf der anderen Seite zum Trocknen auf meine Reinigungskiste. Und schon ist der Stempel sauber. Ihr seht das gleich. Hier guck mal. Jetzt ist der Stempel schön sauber. Dann mache ich den auch immer gleich wieder ab. Ansonsten vergesse ich das und finde ihn nicht mehr wieder. Ich bin dann vielleicht so ein bisschen schusselig. Und lege ihn mir gleich wieder auf die Position wo er hingehört. So. Das haben wir jetzt gemacht. In der zweiten Abbildung. Das zeige ich euch jetzt nochmal kurz. Schaut mal. Ich hoffe man kann das sehen. Hier sind so schon angedeutet wo man was drauf klebt. Zum Beispiel sind jetzt hier die Dimensionals auf den Stiefeln und auf dem Hasen. Und auf dem Herzchen ist nur so ein Klebepunkt. So. Also und dann gucken wir mal. Und es ist da auch so ungefähr drauf. Und man lernt dann auch gleich bei so einem Set, wenn man damit anfängt, schon gleich so ein bisschen ja so das Auge für das Ganze zu kriegen. Das finde ich da echt praktisch. Dann irgendwann weiß man ungefähr okay, wenn ich so ein großes Projekt kleben will mit diesen Dimensionals, dann brauche ich ungefähr so und so viel Stück. Damit es nachher in der Post auch nicht kaputt geht. Weil das wäre schade, wenn ihr das verschickt. Und dann zerknickt dann euch das Bildchen. So. Und dann kommt das eine solche hier auf das eine Eck hier oben. So. Und wenn man sieht hier so beim Abziehen ist das immer ein bisschen schwierig. So. Dann kann man jetzt zum Beispiel, wenn man will, den Aufhebhelfer hier nehmen. So. Und dann geht man hier kurz drunter und hebt sich gleich so eine Dimension ab. So. Und klebt dann auf die richtige Position. So auf der Höhe soll noch eins. Das ist natürlich der Vorführeffekt, dass es gerade nicht so gut klappt. Also ich mache es tatsächlich bei diesen großen Dimensionen. Jetzt mache ich es wirklich dann mal eben so mit der Hand. Das geht klasse. Aber ich zeige euch trotzdem gleich noch einen Trick. So. Jetzt erstmal noch die Füßchen. So. Dann kriegt der Hase noch eins. Wichtig ist, dass ihr natürlich, bevor ihr es aufklebt, dass ihr die Sachen nicht auf die bedruckte Seite klebt. Weil das wäre sehr schade. Nicht? Dann sieht man vom Motiv am Ende nichts. Und wenn ihr euch jetzt gerade denkt, so ja, ist logisch. Ihr glaubt nicht, was ich schon erlebt habe und was mir selber schon passiert ist. Ähm. Obwohl wer mich kennt, weiß das. So. Jetzt zeige ich euch gerade mal so den Vorteil von diesem Aufhebhelfer hier mit dieser anderen Seite. Also hier, ich weiß nicht, ob ihr das gut seht. Hier ist so ein bisschen so blauer Türkis. Das ist so eine Art Wachsgummi. Und jetzt habe ich hier dieses kleine Herzchen. Und da tippe ich jetzt drauf, hebe mir das auf, weil ich brauche jetzt die andere Seite. So. Jetzt habe ich es mir umgedreht. Nimm mit dem Finger, bis ich da rumgeskribbelt habe und 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 und. Irgendwann knickt einem dann noch die Kante ein. Das ist natürlich nicht so schön. Das ist dann super easy gemacht. So. Und jetzt geht es weiter. Und zwar brauche ich jetzt einen Klebepunkt. Und bei diesen Klebepunkten, es gibt Leute, die sagen, die kleben nicht so gut. Ich finde die sind klasse. Die finde ich kleben so gut. Da brauche ich wirklich so ein bisschen den Aufheber. Ihr könnt es auch mit dem Finger versuchen. Aber es kann passieren, dass da oben die Trägerfolie sonst bei euch am Finger kleben bleibt. Und die Klebemasse ist entweder noch auf der Folie oder auch am Finger. Und dann habt ihr gleich so einen ganzen Punkt versemmelt. Deswegen gehe ich da ganz vorsichtig drunter. Jetzt habe ich hier den Klebepunkt. Und das mache ich jetzt hier auf das Herzchen. Ich hoffe, ihr seht das. So. Jetzt habe ich diese Teile vorbereitet. Jetzt geht es ans Kleben. Und jetzt mache ich folgendes mit meinem Multitool. Ich mache den auf, stecke es um. So. Und jetzt haben wir hier die Bar. Ich muss meinen Acrylblock irgendwie an die Seite legen. So. Um das abzuheben. Man kann da rumfummeln mit dem Fingernagel. Oder ich pieke es einmal kurz mit dem Aufheberhilfe rein. Hebe mir das nach vorne weg. Und schon ist das weg, die Trägerfolie. So. Ich pieke es kurz rein. Hebe es mir schräg runter. Fertig. Und auch irgendwann, wenn man das öfters macht, geht das dann rucki zucki von der Hand. Und weg ist es. So. Jetzt habe ich hier alles abgezogen. Jetzt kann ich es positionieren. So. Die Stiefel sollen so ungefähr auf die Höhe. Ich hoffe, dass alles gut passt. Aber es sieht schon mal soweit ganz gut aus. Dann drücke ich das ein bisschen an. Und bei der Menge von den Klebepunkten, die ich jetzt benutze habe, man merkt so, wenn ich hier so reingehe, geht nicht gleich alles nach unten, sondern man hat hier schön diesen 3D-Effekt. Also ich zeige es mal kurz von der Seite. Das sind so Schaumstoffkleber. Also das heißt, ich habe hier so ein bisschen, kommt einem das Bild entgegen, gibt nochmal so ein bisschen Struktur im Bild. Finde ich ganz cool. So. Dann haben wir hier noch den Hasen. Dann nehme ich jetzt auch noch gerade die Trägerfolie runter. So. Und dann setze ich den auch noch hier auf die Position, auf den Boden, hier so neben dem Stiefelchen. So. Und hier ist das so gedacht, dass wirklich der Hintern so ein bisschen da auf dem Stiefel setzt. Aber ich kann den Hasen noch ein bisschen höher verschieben. Aber ich glaube, da bin ich jetzt zu spät. Das klebt jetzt schon echt arg. Ich versuche nochmal, mir das ein bisschen zu retten. Ich sehe gerade, ich habe den Hasen etwas zu tief geklebt. Aber das kann alles passieren. So. Wollte gerade sagen, so ist das halt. Das ist fast alles live. So. Mit dem Aufhebhefer, wenn man da so ein bisschen drunter fährt, ganz sanft, kriegt man das auch ganz gut gelöst, stelle ich gerade fest. So. Dann kann ich das nochmal ein bisschen rumpositionieren, sodass die Foten so auf Höhe liegen. der Sohle der Stiefel ist. Nochmal positioniert. Das geht jetzt auch nicht so ab. Dann habe ich das schon mal ein bisschen umpositioniert. Und jetzt haben wir hier das Herzchen. Da habe ich ja diesen Klebepunkt drauf gesetzt. Und hier ist so eine dünne Trägerfolie. Die mit dem Fingernagel runter zu machen. Wenn man lange genug welche hat, oder Fingernägel hat, die lange genug sind, ist das kein Problem. Aber ich habe das immer nicht. Deswegen nehme ich jetzt meinen Aufhebhelfer und kann das vorsichtig abheben. Und schon habe ich wirklich hier den Klebepunkt, dass ich das so positionieren kann. So. Und das Herzchen soll jetzt so zwischen den Öhrchen da oben sitzen. So. Habe ich jetzt auch. So. Und jetzt ist fast alles fertig. Jetzt machen wir die Grundkarte mal ganz kurz an die Seite. Denn jetzt geht es ans nächste Stempel. Und zwar soll hier jetzt ein schöner Spruch drauf. Hier haben wir zwei Seiten von dem Papier. Die Seite, die bedruckt ist, die wird benutzt und die wird bestempelt. Das geht auch mit den Stempelfarmen von Stampin' Up echt sehr gut. Jetzt gucken wir mal, was haben wir denn hier für Sprüche. Da muss ich mal gucken. Ich denke mal so ein Hallihallo. Das passt ganz gut. Oder egal was kommt, wir halten zusammen. Egal was kommt, wir halten zusammen. Ne, ich mache mal das Hallihallo. Das passt gut zu den Hasen und mit dem Herzchen. Doch. Ich nehme dieses Hallihallo. So. Für den Fall, dass ihr euch jetzt vielleicht gerade fragt, wie viele Stempel sind da drin. Wir haben hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. 13 Stempel sind dabei. So, jetzt färbe ich mir gerade das Hallihallo nochmal ein. So. Hallihallo. Zack, 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 zack. So, damit ihr das auch nochmal seht, wie ich das... So. Zack, 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 alles schön einfärben. Noch ein Tipp, wenn ihr das dann macht, nicht zu arg drauf drücken, denn wenn nachher das Ganze in der Farbsuppe schwimmt, wird natürlich der Stempelabdruck auch nicht mehr so schön. So. Also, das Hallihallo, das praktische auch hier bei den Acrylblöcken ist, man kann halt durchgucken und sehen. Es gibt ja diese holzmontierte Stempel oder mit Kunststoffgriffen, was es nicht alles gibt, aber mit dem Acrylblock, man sieht wirklich, kann es positionieren, dann einmal drauf. Bei Schriften zähle ich so ungefähr bis drei oder bis fünf, sodass die Farbe ein bisschen einzieht und dann hebe ich das ab. So. Oder auch nicht. Kleinen Moment. Ups. So. Und jetzt seht ihr hier so ein bisschen, dass der Abdruck noch nicht so 100% sauber ist. Das kann halt sein. Die werden mit so einer Fototechnik irgendwie hergestellt. Und wenn man die zwei, drei Mal gereinigt hat, ein paar Mal gestempelt hat oder so, dann schießt das auch sauber. Aber an sich ist das schon ein sehr sauberer Abdruck. Da hatte ich schon Stempel. Da hat es ein bisschen gedauert. Da habe ich im Nachhinein gedacht, naja, hätte ich die doch mal vorher gereinigt. Aber kein Problem. Jetzt wird er gereinigt. Jetzt haben wir ihn mal benutzt. Jetzt haben wir da das. Halli. Hallo. So. Und zu solchen Sets. Es gibt, ihr müsst mal gucken, was denn dann ab ist. Es gibt immer verschiedene Sets. Also die variieren auch. Wenn die einen ausverkauft sind, kommen meistens gleich wieder ein neues. Und das ist jetzt ein Set, das ist jetzt gerade aktuell 2021. Erstes Halbjahr 2021. Also ihr müsst mal gucken. Es gibt verschiedene Sets und die sind fast alle gleich. Es gibt welche mit Stempel, es gibt welche ohne Stempel. Aber es ist meistens wirklich alles dabei, was ihr wirklich braucht. Außer jetzt so diese Tools wie Aufhebhelfer, die Schere oder ein Falzbein. Und es ist alles dabei. So. Dann schaue ich noch mal auf die Anleitung. Weiter geht's. Aha. Einmal umdrehen und da sollen jetzt drei von den Dimensionals drauf. So. Dann machen wir das doch mal. Eins. Zwei. Und drei. Oh. Etwas verrutscht. So. Ich wechsle wieder meine Spitze. So. Ich hole mir meine Grundkarte oder meine Kartenauflage. So. Und dann muss ich mal gucken. Aha. Eins. Ich mache jetzt gerade die Trägerfolie runter, falls ihr das nicht sehen solltet. Denn ich weiß noch nicht, wie das alles so funktioniert mit der Technik und der Kamera. Ich bin schon froh, dass ich von oben filmen kann. So. Jetzt. Laut Anleitung. Soll man hier das Band so ein bisschen so curly-wurly mäßig. Dann muss ich jetzt mal gucken. So. Dann soll das da rüber. So. Fahren wir mal so ein. Das Band so. Dann soll das hier so rüber und dann soll das da so rum. So. Dann gucken wir mal. Vielleicht habe ich es doch ein bisschen zu lange gemacht, hm? Für so ein kleines Kerlchen. So. Dann gucken wir mal. So. So. Und dann. Soll das da so drauf und dann das Schildchen hier so platzieren, so, wenn meine Hand gerade weg ist tut mir das, sorry, aber so soll es dann festgehalten werden, so, und das was jetzt da übersteht, das kürze ich jetzt gerade ein, so, dann haben wir das schon ein wenig, das kleine können wir vielleicht für die zweite Karte benutzen, so, dann hat man hier so ein kleines Schleifchen, so, dann haben wir hier schon mal unsere Kartenauflage, da sollen jetzt so Steinchen drauf, auch hier finde ich für die Steinchen gerade diesen Aufhebhelfer echt super, so, und dann sollen da über dem Herzchen da so ein 2 Stück, so, schüpp, na, die sind aber wirklich klasse, weil da kommt das Blaue, das sieht man so richtig schön durch, ich glaube, das sieht man jetzt bei uns im Video nicht so, aber dadurch, dass sie so transparent sind, ist das ein echt toller Effekt, muss ich sagen, ich bin eigentlich nicht so der Glitzer-Tamtam-Mensch, oder so Steinchen, aber das kommt richtig cool, diese Tröpfchen, das ist das, äh, doch, das gefällt mir, muss ich echt gestehen, so, dann sollen da oben auch noch 3 hin, ihr könnt natürlich mit so Sets dann auch, wenn ihr sagt, ah, ihr kauft 2, 3, ihr könnt auch andere Sachen basteln aus dem Karton, ja, mal eine Schachtel oder irgendwas, aber zum Anfang ist das wirklich ganz cool, dass man mal so ein bisschen in das Papier basteln oder Karten basteln mal reinkommt, wie gesagt, weil man alles dabei hat und die Anleitungen sind relativ einfach gehalten, dass man wirklich anhand von Bildern sich das schön nachbasteln kann, so, dann kommt dann, und ein Pünktchen reicht da oben noch, und das ist so, ich habe nämlich auch gemerkt, ähm, manchmal denkt man sich als Kind, ach, da war ich ja voll kreativ, aber irgendwann geht das weg, weil man es einfach auch nicht mehr darf, gell, ob auf der Arbeit, also, kommt auf allem, was man macht, aber, ähm, irgendwann geht das verloren und dann denke ich mir so, hm, um gerade mal wieder reinzukommen, ein bisschen umzudenken, einfach mal wieder was anderes zu tun, ist das eine ganz tolle Sache. So, jetzt haben wir diese Auflage fertig. So, ich hoffe, das kann man sehen. Wir haben also hier diese Steinchen, ja, so ein bisschen kann man sehen, ne, hier haben wir die Steinchen aufgeklebt, und jetzt geht's weiter im Programm. Jetzt soll man das Ganze umdrehen und jetzt kommen wieder Klebepünktchen. So, das heißt, ich mache jetzt hier von den Klebepünktchen, an jeder Ecke soll eins davon dran. So, die Ecke eins. Zwei. Jetzt auf die anderen zwei Ecken. So, jetzt haben wir das. Und das legen wir jetzt kurz an die Seite. Das ist jetzt vorbereitet. Jetzt die Grundkarte. So, das ist die Grundkarte und es gibt bei den Karten, beim Falzen immer zwei Falzarten. Eine Bergpfalz und eine Talfalz. Hier habe ich jetzt die Talfalz und Hinweis, die Talfalz sollte immer außen sein. Ja, also das heißt, hier haben wir die Bergpfalz, hier haben wir die Talfalz und das knicken wir jetzt. Also wir falten das jetzt mal so, ein bisschen gucken, dass alles schön aneinander ist, ja. Und jetzt kommt das Falzbein. Ich falze das hier nochmal nach, damit die Karte nachher auch richtig schön zu bleibt. So. Und was wir jetzt machen können, ist auch mit den Stempeln irgendwie innen schön was designen. Also zum Beispiel können wir jetzt vielleicht ein paar Herzchen mal reinstempeln. Oder was haben wir da noch schönes? Oder so einen anderen Spruch. Der ist noch ganz süß. Pass auf. Das verrate ich euch jetzt nicht. Ich hoffe, das könnt ihr gleich lesen. Aber der ist wirklich süß, der Spruch. Der ist süß. Der ist wirklich super süß. So. Jetzt wieder schön hier einstempeln. Zack, 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 zack. So, schön Farbe drauf. Und jetzt gucken. So rum. So. Jetzt stelle ich hier den kleinen Spruch rein. So. Ah, ich stelle nicht süß. Nicht traurig sein. Auf Regen folgt Sonnenschein. Der ist süß. So hat man einen kleinen Text reingeschrieben. Man kann vielleicht auch noch eine Wolke reinmachen. Oder was sagen wir hier noch? Hier haben wir noch so ein bisschen Curly-Zeug. Ich mache gerade meinen Stempel sauber. Ich sehe ja gerade gar nicht, was ich mache. Ich habe mir das alles zu mir geholt. So. Also ihr könnt hier, wenn ihr dann wollt, ich zeige euch gleich nochmal die Stempelchen. So. Also ihr könnt vielleicht Regentropfen noch reinstempeln. oder eine Wolke. Lasst eure Kreativität frei den Lauf. Wenn ihr irgendwann mehrere Sets habt, sucht euch auch noch was anderes aus, was vielleicht gerade passt. Vielleicht habt ihr mal ein Set, da ist eine Sonne bei oder whatever. So. Jetzt haben wir da einen kleinen Spruch reingestempelt. Dann könnt ihr hier auf der Seite noch was schreiben, wenn ihr wollt. Liebe Grüße, irgendwas Persönliches. Wie man halt eine Karte beschriftet. Euch fällt da bestimmt schon was ein. Ich bin mir da sicher. So. Ich falle das nochmal kurz nach. So. Und jetzt. Schon wieder Katzenhaare. Ich habe Katzen. So. Und jetzt geht es los. Jetzt montieren wir es sozusagen. Oder vielleicht machen wir das so. So. Jetzt hebe ich mir hier wieder die Trägerfolie ab von den Klebepunkten. So. Na. Oh. Da ist was gehüpft. Manchmal halten die Trägerfolien aber echt gut, gell. So. Falls ihr euch fragt, warum ich das da jetzt nicht mache wie bei den Imaginals mit der Spitze. Das liegt da dran. Da kann man nicht so gut reinstechen in diese Klebepunkte. So. Also ich habe jetzt alle vier Trägerfolienteile gelöst. Jetzt könnt ihr das hier so ein bisschen gucken, dass das so einigermaßen schön überall sitzt. Das ist so einigermaßen so mittig vielleicht. So könnt ihr das hinhauen. So. Dann drückt ihr die vier Punkte einfach an. Und schon habt ihr eure erste selbstgebastelte Karte fertig. Wenn man sich das jetzt anguckt. Ja. Hier ist ein bisschen locker. Oder hier ist ein bisschen locker. Da könnt ihr entweder noch was reinstecken. Kleines Geschenk. Alles versteckt. Oder. Ihr sagt euch ja gut, ein paar Klebepunkte mehr. Also ich hätte hier und hier auch noch vielleicht einen reingesetzt. damit das besser passt. Oder. Ihr bestellt euch so Abreißkleber von Stampin' Up oder oder oder. Aber ich finde an dem Set toll. Ihr habt alles drin, was ihr braucht. Ihr habt verschiedene Möglichkeiten. Es sind noch mehrere Anleitungen. Eins haben wir jetzt mal zügig gebastelt. Ein bisschen langsamer für euch, dass ihr das auch so ein bisschen sehen könnt. Aber wie gesagt, ihr habt alles dabei. Und später könnt ihr dann gucken, wie archiviert man die Stempel. Was mache ich damit? Lasse ich das immer so in so einer Box drin? Es gibt eine ganze Menge Zubehör. Aber zum Start ist das eine tolle Alternative. Ich setze euch einen Link rein. Hier unten. Mache ich euch einen Link. Da seht ihr alle Sets, die es da immer gibt. Wie gesagt, es gibt ja verschiedene. Vielleicht zur Weihnachtszeit gibt es dann auch Weihnachts-Sets. Dann könnt ihr mal gucken, wie viele Leuten wollt ihr da so eine selbstgebastete Weihnachtskarte mal schicken. Also es gibt eine ganze Menge Sets. Ich werde gucken, dass ich nach und nach mal von jedem Set mal so ein kleines Video mache. Aber das ist ein sehr schönes. Das Set heißt bei jedem Wetter. Und wenn ihr Glück habt, kriegt ihr doch eins. Ja, also das war mal so ein Stampin' Up Bastelset mit dem Zeigen und Projekt basteln. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und viel Spaß beim Nachbasteln. Das war's, euer Flo. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.